Herzlich Willkommen zu diesem ganz kurzen Video zum Update vom Fiotec G5 und zwar das Update 1.54 Was ist alles neu? Der Standby-Modus ist weg, den gibt es nicht mehr. Hinzu gekommen ist ein neuer Modus, den wir erreichen können, indem wir viermal die Tasse drücken. Eins, zwei, drei, vier. Und dann hören wir auch direkt den Signalton und jetzt sind wir in dem sogenannten manuellen Modus. Das heißt, beim Filmen können wir die Kamera einfach schnell verstellen und erhält immer genau diese Position. Super gut für schnelle Aufnahmen, wo man mal schnell A nach da... Das geht mit dem Joystick nicht so einfach. Die nächste Sache in dem Modus ist, wir können hier super Timelapse machen. Das heißt, wir stellen die Kamera auf unseren Startpunkt ein, drücken einmal kurz auf die Taste und das suchen wir uns unseren Endpunkt. Das geht sowohl in der Pan als auch in der Tillachse. Das heißt, wir stellen die Kamera so und können sie sogar noch nach oben drehen. Und dann sagen wir wieder OK und fährt er auf die Startposition und fährt in einer vorgegebenen Zeit auf die Endposition. Diese Zeit können wir definieren über die App, über die neueste Version der App. Wenn wir uns mit dem Gimbal verbunden haben, können wir auf die Einstellungen gehen, oben rechts auf Settings. Auto Rotation Mode Rate heißt der Menüpunkt. Und da kann man unten bei Speed Settings einstellen alles Mögliche von 8 Stunden bis zu 15 Sekunden. Bei mir steht das Ganze jetzt auf 8 Minuten für einen Turn und damit funktioniert das eigentlich ganz gut. Was mir noch aufgefallen ist, im manuellen Modus, wenn ich die Kamera so festsetze und eine gewisse Zeit filme, driftet die mir weg. Das passiert mit einem anderen Modus. Ich habe hier mal ein Beispiel. Das ist jetzt gefilmt im manuellen Modus und danach habe ich auf einen anderen Mode umgeschaltet und dann sieht das Ganze so aus. Also irgendwie driftet die nach oben weg, zumindest bei mir. Hier habe ich jetzt noch einige Beispiele, was ich schon alles gefilmt habe in dem Urlaub hier mit dem G5. Und das soll es mit dem Video gewesen sein. Bis dahin. Bedeuto. Dann einfach nicht gleich mal. Bedeutliche das Auto- und Islands Dame. V Hassambeamer profiles. Das blieb sind immer von Mentorbon. Dr., dass du gerade einsignal. ripe, dann wirst du mit this Messiah Hilfen. Das ist jetzt für hierher. Aber, dass du hiçbir Kontakt auf T bodies pirer und den Mann! Bis zum nächsten Mal.